Ich rufe Tagesordnungspunkt 55 auf, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde der verkaufsoffene Sonntage endlich zeitgemäß Regeln 19.399. Das Wort hat der Kollege Florian Rentsch, der Fraktionsvorsitzende. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist schön, dass so viele Besucher jetzt gerade bei dieser Aktuellen Stunde der FDP hier im Hessischen Landtag sind, weil wir über die Frage diskutieren wollen. Ich habe Besucher gesagt, nicht Mitglieder der SPD-Fraktion. Das ist ein Unterschied. Tut mir leid, will ich jetzt erst einmal differenzieren. Herr Kollege Rudolph, das interessiert die Sozialdemokraten genauso wie die Christdemokraten und alle anderen, weil die Briefe, die wir bekommen, nicht nur vom ehemaligen Oberbürgermeister von Marburg, Herrn Faupel habe ich dabei, vom Hessischen Städtetag, vom Städte- und Gemeindebund, vom Handelsverband, von der IHK-Familie. Ich möchte einen zitieren, der mir besonders nahe steht. Das ist der Wirtschaftsdezernent der Stadt Frankfurt, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Kollege Frank, der uns als Landtag den Auftrag gegeben hat, nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs, der den verkaufsoffenen Sonntag in Frankfurt kurz vor Toreschluss gekippt hat, damit immerhin 500.000 € Werbung alleine, die an diesem Tag sozusagen ausgegeben wurde, dass der Kollege Frank uns hier als Landtag auffordert, endlich eine bestandskräftige, planungssichere, rechtliche Regelung im Landtag zu beschließen, damit die Unsicherheit für die Kommunen endlich beendet wird. Meine Damen und Herren, ich will dem Kollegen Frank dort nicht widersprechen. Was ist passiert? Die Stadt Frankfurt wollte anlässlich der sogenannten Musikmesse einen verkaufsoffenen Sonntag machen. Die Musikmesse ist in Frankfurt eine sehr besucherstarke Veranstaltung, einen der vier verkaufsoffenen Sonntage, die nach dem Hessischen Ladenöffnungsgesetz möglich sind. Ja, Kollege, genau so ist es. Nach dem Hessischen Ladenöffnungsgesetz muss es auf der einen Seite, so haben wir das damals gemacht, beim Regel-Ausnahmeverhältnis bleiben. Das heißt, die Regel ist, dass am Sonntag nicht geöffnet wird. Die Ausnahme ist, dass an vier Sonntagen geöffnet werden kann, erstens. Zweitens, dass die Veranstaltung, um die es geht, sozusagen nicht Nebeneffekt, sondern Mittelpunkt dieses Sonntags ist. Darüber kann man lange diskutieren. Das ist ein breiter Korridor, ob die Musikmesse in Frankfurt diesen Kriterien entspricht, ja oder nein. Zum Schluss haben wieder einmal die Gerichte entschieden und gesagt, nein, dieses Kriterium ist nicht erfüllt. Die Musikmesse ist eben nur Nebeneffekt und nicht Mittelpunkt dieses Sonntags. Meine Damen und Herren, was ist denn die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist, dass viele Menschen, die sich auf den verkaufsoffenen Sonntag gefreut haben, einen von möglicherweise vier in Frankfurt enttäuscht worden sind, die Bürgerinnen und Bürger, die den Tag gern genutzt hätten, und auf der anderen Seite, das ist für uns als Landtag ein wichtiger Punkt, viele Einzelhändler, viele Gewerbetreibende, die sich an diesem Tag vorbereitet haben, zusätzliches Personal mit den üblichen Sonntagszuschlägen eingestellt und geordert haben, um Personal an diesem Sonntag zu haben, Werbung gemacht haben, sich ein Konzept überlegt haben, an diesem Sonntag nicht öffnen konnten, obwohl alle Kosten angefallen sind. Meine Damen und Herren, wer dann sagt, wir haben hier im Hessischen Landtag als Gesetzgeber keinen Handlungsbedarf, der verkennt die aktuelle Situation massiv, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deshalb ist hier bei der dritten Lesung dieses Gesetzentwurfs der Freien Demokraten, die wir extra so prolongiert haben, dass wir das vor der Kommunalwahl noch machen wollten, weil wir versuchen, bis zum heutigen Tag zwischen den Fraktionen Einigkeit zu erzielen, glaube ich, dringender Handlungsbedarf geboten. Er war vorher schon da. Er ist seit der VGH-Entscheidung gegenüber der Stadt Frankfurt aus unserer Sicht noch sehr viel stärker da. Das, was wir wollen, ist relativ einfach und simpel. Wir wollen das sogenannte Sonderereignis streichen. Damit bleibt es dabei, dass nur vier bis zu vier Sonntage geöffnet werden könnte. Wir glauben, dass das ein sehr moderater Versuch ist, die Interessen zwischen Verbrauchern und Einzelhändlern und denen, die den Sonntag komplett frei halten wollen, von Ereignissen zu gewährleisten. Ich glaube, das ist der Korridor, an dem wir uns bewegen. Ich glaube, das ist das Wichtige, das hat die Anhörung gezeigt, dass wir mit unserem Gesetzentwurf den verfassungsgerichtlichen Voraussetzungen entsprechen, die zum Berliner Ladenschlussgesetz oder zum Ladenöffnungsgesetz, wie es dort heißt, klare Vorgaben gemacht haben, an denen wir uns als Hessen strikt mit unserem Gesetzentwurf als FDP konzentriert haben. Es kommt dazu, dass Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Saarland eine genau ähnliche Regelung haben, die wir als Vorlage genommen haben. Insofern glaube ich, meine Damen und Herren, ist es heute keine Rechtsdebatte, die wir führen. Das, was wir hier vorschlagen, geht, sondern es ist die Frage, ob Sie wollen. Deshalb will ich an diesem Punkt klar für uns feststellen. In Zeiten, in denen Menschen immer mehr auf das Internet ausweichen, um Waren zu kaufen, kann man doch nicht ernsthaft darüber reden, ob wir bei vier Sonntagen das Ende des Abendlandes heute diskutieren müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht um vier Sonntage. Es geht darum, wenn Sie mit Einzelhändlern sprechen, dass diese Sonntage für das Jahresgeschäft und den Jahresabschluss eine sehr hohe Bedeutung haben, dass sie eine hohe Werbefunktion für das einzelne Geschäft haben. Ich glaube, wir sollten den Einzelhändlern, aber auch den Bürgern an dieser Stelle nicht im Wege stehen. Ich sage Ihnen einmal, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht, dass immer weniger Möglichkeiten für den Einzelhandel bestehen, sich darzustellen, sich Kunden an sich zu erwerben, zu binden, stattdessen die Menschen auf Internetplattformen wie Amazon und andere ausweichen, wo man am Sonntag übrigens von 0 bis 24 Uhr unbeschränkt einkaufen kann. Sie uns dann erklären, der Sonntag muss aber frei bleiben, damit er nicht eingekauft wird. Meine Damen und Herren, wir leben im Jahre 2016. Das Kaufverhalten der Menschen hat sich geändert. Man muss das nicht schön finden. Horst Klee ist schon herausgegangen, weil ich weiß aus der Koalition mit den Kollegen der Union, dass er das sehr kritisch sieht. Aber Fakt ist, die Menschen und ihr Einkaufsverhalten hat sich geändert. Ich glaube, wir müssen dringend dafür Sorge tragen, dass der Einzelhandel in Hessen eine rechtssichere Chance hat, die nicht zum Schluss von Gerichten bestimmt wird, sondern vom Gesetzgeber klar festgelegt worden ist, was geht und was geht nicht. Meine Damen und Herren, ist doch die Phalanx, die wir heute diskutieren, vom ehemaligen Oberbürgermeister Faubel, SPD, der, glaube ich, nicht zu den ganz konservativen Sozialdemokraten gehört, bis zum Kollegen Frank als Wirtschaftsdezendent der Stadt Frankfurt, eine parteiübergreifende Phalanx, die wir als Landesgesetzgeber ernst nehmen sollen. Lassen Sie uns hier eine sinnvolle neue rechtliche Regelung schaffen, die Rechtssicherheit bietet. Kollege Rentsch, Ihre Redezeit ist schon lange überschritten. Frau Präsidentin, vielen Dank für diesen netten Hinweis. Deshalb will ich zum Schluss sagen, ich will nicht bis Sonntag reden, sondern wir haben heute hier die große Chance als Landtag, eine rechtssichere Regelung zu schaffen. Lassen Sie uns das machen, und lassen Sie uns den Wünschen sowohl vom Kollegen Frank als auch vom Kollegen Faubel Rechnung tragen. Das wäre heute das richtige Signal dieses Hessischen Landtags. Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Decker, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Aus unserer Sicht gibt es heute eigentlich in dieser Aktuellen Stunde keine wesentlichen und revolutionären Neuigkeiten oder ganz neuen Erkenntnisse, die wir besprechen und austauschen könnten, jedenfalls gegenüber den Debatten, die wir hier schon mehrfach dazu geführt haben. Aber der Reihe nach. Im Februar dieses Jahres sind Sie, Herr Fraktionsvorsitzender Rentsch, auf die anderen Fraktionen schriftlich zugegangen und haben für Ihren Entwurf, für Ihre Änderung geworben. Sie hatten mitgeteilt, dass der FDP-Fraktion nicht mehr an der Ausweitung der Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage gelegen sei. Das haben wir begrüßt, weil das aus unserer Sicht schon einmal der Schritt in die richtige Richtung gewesen ist. Herr Kollege Rentsch, wenn Sie jetzt auch noch auf die von Ihnen geforderten Wegfall der Anlassabhängigkeit verzüchten würden, dann wäre das genial. Aber dann hätten wir ja kein Gesetz mehr offenbar, dass wir an der Stelle diskutieren könnten. Aber Scherz beiseite, Herr Rentsch, es ist ja ein ernstzunehmendes Thema. Das wollen wir hier auch gar nicht verleugnen. Wir hatten Ihnen daraufhin damals mitgeteilt, dass wir es begrüßen, dass es Ihrer Fraktion nicht mehr um die Erweiterung der sonntäglichen Ladenöffnung geht. Das geht so weit, so gut. Kleiner Hinweis, wir hätten das auch in der Praxis für möglicherweise auf der anderen Seite fatal gehalten. Wenn man mit dem einen oder anderen Fachmann spricht, dann sagt er Ihnen deutlich, dass man aufpassen muss, dass man bei solchen Sondergeschichten keine Inflation erzeugt, weil das ganz schnell dazu führen kann, dass die Dinge wieder unattraktiv werden. Sie nehmen jedenfalls heute das jüngste Urteil des Verwaltungsgerichtshofs zum Anlass für Ihre Aktuelle Stunde. Ich fürchte allerdings, dass uns das in der Sache nicht viel weiterbringen wird. Über all dem schweben nahe wie vor die einschränkenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Sie haben das eben in Ihrer Weise interpretiert. Ich glaube, diese Interpretation hält aber der Verfassungswirklichkeit wahrscheinlich nicht so stand, wie Sie das glauben. Sie lassen nach unserer Auffassung keinen Spielraum für anlassunabhängige Sonderöffnungen an den bewussten Sonnen- und Feiertagen zu. Ich will noch einmal sehr genau sagen, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Es hat deutlich gemacht, dass in Art. 140 verankerte Verbot der Sonnen- und Feiertagsarbeit so bedeutsam ist, dass es nicht ohne einen bestimmten Grund aufgehoben werden kann. Das ist für uns schon sehr zwingend und sehr bindend. Ich will auch noch einmal gerne heute wiederholen, worin die Bedeutung liegt. Sie liegt im Schutz der Familie, im Schutz der Religion, der Kirchen, im Schutz der Vereine, des Sports, der Kultur und vor allem im Schutz der Freizeit, die in Zeiten immer stärker werdender Alltags- und Berufsbelastungen nötiger denn je sind. Das gilt auch gerade für viele betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD-Fraktion Es gibt also aus der Sicht der SPD-Fraktion gleich mehrere Gründe, von einer solchen Änderung des Ladenöffnungsgesetzes die Finger zu lassen. Zum einen, weil wir uns den betroffenen Menschen, den Vereinen und den Institutionen, die ich beschrieben habe, mit ihrem berechtigten Bedürfnis nach sonntäglicher Ruhe verpflichtet fühlen. Zum anderen, weil wir eine Änderung des Gesetzes in ihrem Sinne aus juristischen Gründen für äußerst bedenklich und daher aus unserer Sicht mit Blick auf das Verfassungsgericht nicht für machbar halten. Insgesamt scheint uns in der ganzen Angelegenheit auch der gesellschaftliche Konsens zu fehlen. Es gibt einen Teil, der befürwortet ist, auch den Wegfall des Sonderereignisses. Es gibt einen sehr starken Teil auf der anderen Seite, die nach wie vor sagen, dass das nicht in Ordnung wäre und dass man das nicht akzeptieren kann. Das heißt, wir haben zu wenig Akzeptanz, um das herbeizuführen, was Sie gerne möchten. Deswegen sind wir der Auffassung, dass es für eine solche Änderung nach wie vor keine Basis gibt. Liebe Kollegen von der FDP, Herr Rentsch, ich will noch ein anderes Argument anführen, das sollten Sie sich noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Wir halten das für kein geeignetes Mittel, den innerstädtischen Handel jetzt nachhaltig zu stützen. Da müssen sicherlich andere Dinge erfolgen, als ein Sonderereignis an vier Sonntagen wegfallen zu lassen. Das müssen wir dann auch an anderer Stelle debattieren. Aber ich sage auch im Gegenteil, die verkaufsoffenen Sonntage leben doch gerade davon, dass um sie herum ein attraktives Ereignis stattfindet, das die Leute dann auch in die Stadt lockt. Das heißt für uns im Umkehrschluss, würde man dieses Ereignis fallen lassen, würde man der Ladenöffnung an Sonntagen schlichtweg ihre Attraktion berauben. Ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders wäre. Dann kann man in der Tat zu Hause bleiben, online bestellen, anschließend spazieren gehen. Ich gehe gerne auf den Fußballplatz, Kollege Norudow fährt dann gerne Fahrrad. Ich glaube nicht, dass das die Wirkungen entfalten wird, die sich dadurch erhoffen. Wir sollten also sehr aufpassen, dass man damit das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, überlegen Sie das alles noch einmal sehr gut. Es kann durchaus zu einem Rohrkrepierer werden. Wenn Sie sich einmal mit örtlichen Einzelhändlern oder auch mit Marketingchefs unterhalten, dann warnen die gerade davor, diesen Tagen ihre Attraktivität zu nehmen. Überlegen Sie es sich gut. Mit uns ist es im Moment nicht zu machen, weil wir nicht den Konsens in der Gesellschaft sehen. – Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Nächster Redner ist Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Kassel vom 5. April 2016 zur Untersagung der Ladenöffnungszeiten am Sonntag, den 10. April in Frankfurt, konnte in Anbetracht der klaren Rechtslage, Herr Rentsch, und zwar des Bundesverfassungsgerichts und seiner Entscheidung vom 01.12.2009 und des Bundesverwaltungsgerichts in seiner Entscheidung vom 01.11.2015 nicht und niemand überraschen. Danach ist die Voraussetzung für eine Sonntagsöffnung unter anderem, dass ein auch ohne die Sonntagsöffnung stattfindendes Ereignis – in Frankfurt war das die Musikmesse – für alle Bereiche, in denen die Öffnung gestattet wird, prägend ist. Herr Rentsch, dass dies im Fall der Musikmesse in weiten Teilen Frankfurts und insbesondere in den großen Einkaufszentren weit ab vom Messegelände nicht der Fall ist, Herr Rentsch, war von vornherein auch der Stadt Frankfurt bekannt. Wenn die FDP nun die Einnahmeverluste der großen Einzelhandelsketten in den Vordergrund rückt, dann verkennt sie, dass allein der Frankfurter Ordnungsdezernent Markus Frank, der in Kenntnis der neuen Rechtslage diese Sonntagsöffnung weiter betrieben hat, für die entstehenden Kosten der Einzelhändler verantwortlich ist. Nur er war es, der die Allgemeinverfügung erst am 29. Januar 2016 erlassen hat, viel zu spät, unter Berücksichtigung der Einspruchsfristen und der Gerichtsverfahren, die absehbar waren. Der Dezernent Frank hat so auf Risiko gespielt und verloren. Er sollte der Adressat des Ärgers der Einzelhändler sein, Herr Rentsch, und nicht die Gewerkschaft Ver.di oder die Kirchen, die nichts anderes getan haben, als ein Verfassungsrecht hier zu verteidigen. Im Art. 140 Grundgesetz in Verbindung mit Art. 139 Weimarer Reichsverfassung heißt das nämlich, ich zitiere, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Zitat Ende. Eine ähnliche Regelung findet sich übrigens auch in Art. 31 der Hessischen Verfassung. Die Kriterien für die Zulassung von Sonntagsöffnungen auf Grundlage des § 6 Abs. 1 des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes sind durch zahlreiche Gerichtsentscheidungen klar definiert. Dies muss nun endlich in allen Städten und Gemeinden ernst genommen werden. Nun fordern einige, wie auch die FDP, das Ladenöffnungsgesetz zu ändern und insbesondere den Anlassbezug herauszunehmen. Ich kann nur davor warnen, dies zu tun, denn der Inhalt der Sonn- und Feiertagesschutz wird im Wesentlichen durch die Vorgaben des Grundgesetzes bestimmt. An diesen Vorgaben orientiert sich die maßgeblichen Entscheidungen der Gerichte. Eine landesgesetzliche Regelung darf diese Vorgaben nicht umgehen, meine Damen und Herren von der FDP. Herr Rentsch, Sie müssen ihre Gesetze nach dieser Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ändern. Sie müssen sie ändern. Nehmen Sie nicht darauf Bezug, denn diese Gesetze sind auch nicht verfassungskonform. Ein Gesetz, das auf einen Anlassbezug für Sonntagsöffnungen nämlich generell verzichtet, wäre eindeutig verfassungswidrig und würde vom Bundesverfassungsgericht mit Sicherheit wieder einkassiert. Ich freue mich sehr, dass nun auch die hessischen Verwaltungsgerichte die Grundsatzentscheidung beachten und, wie in Frankfurt am Dienstag auch die Sonntagsöffnung am 8. Mai in Weiderstadt vom Verwaltungsgericht in Darmstadt verboten wurde. Meine Damen und Herren, der nun durch Rechtsprechung gefestigte Sonntagsschutz dient insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Einzelhandel, deren Arbeitszeiten bereits derzeit auf sechs Tage in der Woche bis spät in die Abendstunden hinein verteilt sind. Eine Änderung der hessischen Gesetze hierzu halten wir als LINKE für nicht angebracht. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Bartelt, CDU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die arbeitsfreien Sonntage und Feiertage sind Bestandteile unserer Kultur. Hierüber besteht auch ein ganz breiter Konsens in unserer Gesellschaft. Das Bundesverfassungsgericht hat bei Prüfungen von Ladenöffnungsgesetzen einzelner Bundesländer den Gesetzgebern zwei ganz klare Vorgaben gemacht. Erstens. Die Regel ist, die Geschäfte sind an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage sind die gesetzlich definierten Ausnahmen. Diese Ausnahmen können nicht betriebswirtschaftlich begründet werden. Es muss ein nachvollziehbarer Anlass – Sie können auch sagen Grund- oder Sonderereignis – existieren, der darüber hinausgeht. Wir haben nun kürzlich anlässlich eines Gesetzentwurfs der FDP, der sich noch im Geschäftsgang befindet, über den Anlassbezug ausführlich diskutiert. Dieser wird von der großen Mehrheit dieses Hauses weiter als zwingend angesehen. Auch die meisten Anzuhörenden – Kirchen und die Mehrheit der kommunalen Familie – wollen an dieser Stelle das Hessische Ladenöffnungsgesetz nicht ändern. So trug der Hessische Landkreistag vor, dass eine Befragung der 21 Landkreise eindeutig zeigte, dass zum Schutz der Sonn- und Feiertage ein Sonderereignis für einen verkaufsoffenen Sonntag weiterhin erforderlich ist. Der Städte- und Gemeindebund und der Städtetag haben beklagt, dass sie Unsicherheiten im Genehmigungsverfahren sehen. Sie haben aber nicht gesagt, dass sie den Anlassbezug wegfallen lassen möchten. Ausdrücklich auf Nachfrage. Diese Unsicherheiten können wir allerdings den Genehmigungsbehörden der Kommunen nicht nehmen, weil gerade der Anlass örtlich bedingt ist. Also muss er eben auch örtlich geprüft und entschieden werden. Das bedarf etwas Mühe. Wir wollen eben nicht vom Gesetzgeber ein Korsett vorschreiben. Der Antragsteller der Aktuellen Stunde möchte nun diese Diskussion über den Gesetzentwurf jetzt fortsetzen, weil in Frankfurt ein verkaufsoffener Sonntag anlässlich der Musikmesse gerichtlich untersagt wurde. Ich schicke voraus, dass ich die Verärgerung der Einzelhändler über die kurzfristige Absage gut nachvollziehen kann. Es ist aber schon zu fragen, wie diese Situation denn nun entstanden ist. Die Musikmesse auf dem Messegelände ist keine Messe für das breite Publikum, sondern eine Fachmesse. Das ist eben kein Ereignis, das nach dem Willen des Gesetzgebers und gängiger Rechtsprechung einen verkaufsoffenen Sonntag rechtfertigt. Ansonsten könnte man bei jeder Messe, die sonntags geöffnet ist, bei jedem Konzert, etwa auch auf dem Messegelände, oder bei einem Fußballspiel jetzt bei der Eintracht am nächsten Sonntag, wo die Endphase des Abstiegskampfes beginnt und hoffentlich auch erfolgreich beendet werden wird, eine Ausnahme machen. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist auch nicht im Sinne dessen, was das Hause hier möchte. Die genehmigende kommunale Behörde hat möglicherweise den Ausgang des Gerichtsverfahrens nicht richtig eingeschätzt. Der Zeitpunkt eines Gerichtsentscheides bestimmt immer das Gericht selbst. Ich bin ganz sicher, dass kommunale Genehmigungsbehörden diese Erfahrungen bei künftigen Prüfungen berücksichtigen werden. Dieser Vorgang ist jedenfalls derzeit kein Anlass, das Gesetz zur Disposition zu stellen. Das Gesetz wird rechtzeitig vor Ende der Befristung evaluiert. Dann werden die Erfahrungen und auch gerade die Erfahrungen der betroffenen Einzelhändler ausgewertet und diskutiert, ob dann eine Anpassung sinnvoll ist. Für die Regierungsfraktionen ist die Sonnen- und Feiertagsruhe auch unter Berücksichtigung des Konsumverhaltens in einer sich ändernden, sich entwickelnden Gesellschaft ein eigenständiger Wert von grundsätzlicher Bedeutung. Vizepräsidentin Heike Habermann Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Vielen Dank. – Nächster Wortbeitrag kommt vom Kollegen Bocklet, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was wir erleben, ist die Wiedervorlage des FDP-Vorschlags angesichts eines aktuell neuen Ereignisses, nämlich des Gerichtsurteils des VGHs, zu einer möglichen Sonntagsöffnung in Frankfurt. Was wir erleben, ist die klassische Situation eines Zielkonflikts. Sie haben auf der einen Seite eine Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung, die es durchaus als angenehm empfindet, wenn sie an einem arbeitsfreien Tag in Ruhe shoppen gehen kann. Sie haben auf derselben Seite auch einen Handel, der sich dadurch eine Umsatzsteigerung verspricht und sich wünscht, mehr Umsätze zu erlösen. Sie haben auf der anderen Seite einen Großteil der Bevölkerung, schwer zu quantifizieren, aber es ist sicherlich eine große, relevante Gruppe, die sagt, bitte lasst auch zukünftig die Sonntage unangetastet. Sie haben auch Verbände und Organisationen wie die Kirchen, die Gewerkschaften und viele andere, die sagen, wir sehen das genauso. Sonntag ist und bleibt ein gesetzlich geschützter Tag. Er muss der Ruhe nach wie vor versprochen bleiben. Ich will es einmal vorwegnehmen. Ich habe das auch schon einmal gesagt. Darüber sollte in diesem Haus nach wie vor Einigkeit bestehen. Sonntag und die gesetzlichen Feiertage sind und bleiben. Für den öffentlichen und normalen Kommerz muss das unangetastet bleiben. Wir wollen, dass dieser Tag ein Tag der Ruhe bleibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun ist die Frage der Vorschlag. Der erste Gesetzentwurf, den die FDP damals vorgeschlagen hat, ist nun nachweislich und definitiv nicht konform mit der Verfassung. Einfach den Anlassbezug abzuschaffen und womöglich auch noch zu öffnen an viele Stadtteile. Das haben wir damals schon diskutiert. Dann hätten große Städte wie Frankfurt, Kassel und Darmstadt und könnten praktisch jede Woche eine Sonntagsöffnung kommunizieren. Das wäre natürlich nicht in diesem Sinne. Herr Lenders, das haben wir Ihnen damals auch schon gesagt, das Modell Rheinland-Pfalz ist so, dass es trotz alledem die Gemeinden, die das planen, tatsächlich eine Anhörung vor Ort durchführen. Das ist ein extrem aufwendiges Verfahren. Ich frage Sie ganz offen und gar nicht rhetorisch. Glauben Sie allen Ernstes, dass die Anzuhörenden wie die Gewerkschaften und die Kirchen in einer Stadt wie Frankfurt anders reagieren würden wie im Lande Hessen? Die Gewerkschaften würden auch dann, wenn die Gemeinden die Stadt Frankfurt so etwas durchführen wollten und sie wären anzuhören, würden sie auch Nein sagen. In der Tat würde sich das auch an der Situation wenig verändern. Insofern bleibt es letztlich dabei, dass die Situation, so wie wir sie in Hessen haben, gesetzlich richtig und verfassungskonform ist. Ich will gerne noch einmal darauf eingehen. Die FDP ist natürlich auch hier, weil sie die wirtschaftlichen Interessen von dem Handel mit vertreten will. Aber ich will Ihnen ganz ehrlich und offen über das Gespräch bei der IHK Frankfurt mit dem Einzelhandelsverband berichten. Ich habe nämlich gefragt, ob Sie Untersuchungen darüber, dass verkaufsoffene Sonntage tatsächlich dazu beitragen, dass insgesamt der jährliche Umsatz steigt. Also nicht nur kurzfristig eine Spitze. Da mussten Sie mir sagen, da können Sie uns erst nichts nachreichen lassen. Zweitens habe ich gefragt, ob Sie wirklich, dass der Onlinehandel bekämpfbar ist, dadurch, dass an vier Sonntagen die Innenstädte einmal aufgemacht werden. Glauben Sie, dass das wirklich ein wirksames Mittel ist? Auch da gab es keine profunde Antwort darauf. Die dritte Frage, rein wirtschaftspolitisch, ist die Frage, ob Sie glauben, wenn in Frankfurt die Zeil aufmacht, ob das den Einzelhandel in Bornheim, Bockenheim und in den anderen Stadtteilen tatsächlich zum Vorteil gereicht, dass an den Sonntagen die Menschen, die ihren Umsatz normalerweise in den Stadtteilzentren machen, das dann in der Innenstadt machen. Wird das tatsächlich einer Stadt wirtschaftspolitisch gerecht? All diese drei Fragen, die ausschließlich wirtschaftspolitisch von Interesse sind, konnten nicht mit Fug und Recht beantwortet werden. Selbst wenn ich das wirtschaftspolitische Interesse des Handels ernst nehme, kommen kaum überzeugende Antworten auf diese Fragen, die uns interessieren. Ganz nebenbei und vorneweg, wirtschaftliche Interessen und Kommerzinteressen sind definitiv von der Sonntagsöffnung ausgeschlossen. Nur, dass wir es noch einmal klipp und klar beantworten. Selbst wenn Sie sich das von ganzem Herzen wünschen, der verfassungskonforme wirtschaftliche Interessen und Konsum an einem Sonntag ist niemals von der Verfassung gedeckt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wollte es nur noch einmal explizit in die Argumentation aufgreifen, dass, wenn man es sich selbst wünscht und in die wirtschaftspolitische Diskussion eintaucht, es kaum hilfreich ist, weil es eigentlich nur vorgaukelt, dass es eine Lösung schaffen wird. Die Innenstädte, die bedroht sind, werden kaum so viel attraktiver werden. Ich habe auch bei den südhessischen Handeln gefragt. Darüber haben wir auch diskutiert. Wenn der Benzheimer das macht, wissen Sie, woher die Leute kommen? Aus der Nachbargemeinde. Warum glauben Sie denn, dass sich die Nachbargemeinde darüber freut, dass der Fluss in diese Gemeinden geht? Sehen Sie, das ist ein ganzes Stück differenzierter. Es gaukelt etwas vor und setzt eine relativ unheilige Allianz in Gang, nämlich die von Wirtschaftsinteressen, also einen Teil des Einzelhandels, mit Menschen, die sagen, es wäre doch mal unheimlich schick, mal sonntags in aller Ruhe wieder shoppen zu gehen. Ja, diesen Menschen müssen wir erklären, dass dem etwas entgegensteht, nämlich dass die Interessen der Verkäuferinnen und Verkäufer, dass wir sonntags einen Tag der Ruhe in diesem Land brauchen, dass es uns allen gut tut, nicht alles, dass es möglich ist, auch tatsächlich zu tun, sondern auch einmal einen Tag der Ruhe und Entspannung sich selbst zu gönnen und diese Gesellschaft auch ein Stück weit zu entschleunigen. Das ist auch etwas Konservatives, und da bekennen wir uns auch, wertkonservativ in dieser Sache zu sein. Deswegen sind wir gut beraten, das Gesetz so zu lassen, wie es ist. Herr Kollege Bocklet, kommen Sie bitte zum Schluss. Es ist natürlich sehr bedauerlich, dass viele Tausende Euro umsonst ausgegeben wurden, aber ich teile die Auffassung, dass man mit einer klugen voraussichtlichen Position hätte sehen können, dass man da einen Niedernagel läuft. Deswegen wiederhole ich, genauso wie Dr. Bartelt schon sagte, dass CDU und GRÜNE sehr gespannt sind auf die Evaluierung dieses Gesetzes 2018. Dann werden wir auch alle diese wirtschaftspolitischen Argumente noch einmal genau auseinanderfusseln. Ich bin mir aber sicher, dass wir am Ende in Abwägung all dieser Zielkonflikte zu dem Thema kommen, dass der Sonntag extrem und restriktiv geschützt bleiben muss. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Thema Ladenöffnung an Sonntagen beschäftigt uns nun zum wiederholten Male. Häufig sind Urteile des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes oder der Verwaltungsgerichte auch Gegenstand gewesen. Diese Diskussion kann eigentlich nicht unbemerkt an denjenigen vorbeigegangen sein, die für die Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags Verantwortung zeigen. Das sind in der Regel die kommunal Verantwortlichen. Im Hinblick auf die Fragestellung einer Genehmigung wäre es im Hinblick auf die Fürsorge und das Interesse der örtlichen Einzelhändler sicherlich notwendig, sich mit solchen einschlägigen Gerichtsurteilen auseinanderzusetzen, um die Chancen abzusehen, ob eine Genehmigung erfolgreich sein kann oder nicht erfolgreich sein kann. Insofern habe ich keinerlei Verständnis für die Entscheidung des Wirtschaftsdezernenten Frank im Frankfurter Magistrat, einen solchen Öffnungszeiten zu genehmigen. Es war mit Anlauf der Versuch, ein Verbot durch das Verwaltungsgericht hinzubekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Manchmal bekommt man auch von der falschen Seite Beifall. Daher kann man nichts dafür, aber das liegt in der Natur der Sache. Nur da bin ich der festen Überzeugung, dass die Verantwortlichkeit an dieser Stelle schon eine entsprechende Rolle spielen muss. Das gilt im Übrigen auch für die Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Darmstadt bezüglich Weiterstadt. Auch da muss man schlicht und einfach wissen, dass es ein Weiterstädter Spargel- und Grillfestival gibt. Das geht vom 14. April bis 26. Juni. Mittendrin, weil ein Landwirt ein Hof festmacht, sollte ein verkaufsoffener Sonntag genehmigt werden. Das erschließt sich an dieser Stelle auch nicht, warum das ausgerechnet an diesem Tag sein muss. Unabhängig davon ist die zu öffnende Gewerbefläche, in diesem Fall ungefähr 50-mal so groß wie das Fest, das dort stattfindet. Wenn man all dieses im Gegensatz sieht und feststellt, dann muss man sagen, die Verantwortlichkeit auf kommunaler Ebene ist nicht ausreichend vorhanden, um letztendlich auch Einzelhändler oder Interessierte davon abzuhalten, Geld zu investieren. Da widerspreche ich gar nicht, aber es ist dann fehlinvestiertes Geld. In den Ländern Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg, Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen sind in den jeweiligen Ladenöffnungsgesetzen die Anlassbezüge entsprechend geregelt. Bayern geht ausschließlich auf das Bundesladenschlussgesetz zurück. In allen anderen Ländern sind komplizierte Anhörungsverfahren mit einem entsprechenden Ausgang vorgesehen. Sie alle tragen der höchstrichterlichen Entscheidung, dass der Anlassbezug zumindest dargestellt werden muss. Insofern reicht es an dieser Stelle in der Tat nicht, ausschließlich den Anlassbezug wegzunehmen. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass es not tut, tatsächlich die Evaluierung des Gesetzes im Jahr 2018 abzuwarten. Das Gesetz ist bis zum Jahr 2019, 31.12. befristet. Wir werden in diesem Zusammenhang mit all denjenigen, die sich sowohl in der Allianz für den Sonntag zusammengeschlossen haben, aber auch mit den Einzelhandelsverbänden, den kommunalen Spitzenverbänden und den Interessierten, diese Evaluation grundlegend vornehmen. Auf dieser Grundlage werden wir dann eine Entscheidung treffen, wie das Ladenschlussgesetz das Hessische ab dem 01.01.2020 aussehen wird. Ich denke, wir sollten uns die Zeit nehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt sieht die Hessische Landesregierung keinen Änderungsbedarf. Vielen Dank. Wir sind am Ende der Debatte zu Tagesordnungspunkt 55. Herr Kollege Rentsch hatte gebeten um eine persönliche Bemerkung am Schluss der Debatte. Herr Rentsch, bleiben Sie bitte sitzen. Ich habe mir die Geschäftsordnung noch einmal angeschaut. Hier ist ausdrücklich vermerkt, dass das Mitglied des Landtags nur Angriffe auf die eigene Person zurückweisen darf. Im Präsidium ist also nicht bemerkt worden, dass ihre Person angegriffen worden ist. Deswegen ist diese persönliche Bemerkung nicht möglich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.